hallo leute willkommen zurück bei den controller bros und battlefield 1 mit mir dem helmchen und mit mir dem sat man hallo hallo leute was geht hallo wie ihr seht wieder eine runde amnesie oder amnesie oder je nachdem wie man das ausspricht ja oder so ja ich werde mal wieder eine runde sanitäter spielen ja ich denke ich bleibe bei meinem ich stelle gerade noch ein aber ich glaube ich bleibe bei meinem automatico setup ja denke ich ja das passt ganz gut unsere truppe ist auch wieder voll also was das sehr nice cool wie man sieht es sind gut gemischt ist ein dreier dabei ist acht maus 43 58 22 23 das ist alles grund für mich würde ich sagen ja von allem was dabei so zehn sekunden da geht hier das 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 keine ahnung das action geballer los oder wie auch immer ja ich probiere es mal wieder mehr im 1916 mal gucken alles klar auf geht's und leute demnächst also er wird es also es ist jetzt los ich habe es aber nicht mehr mal ein ein battlepack opening machen genau wir haben ein bisschen gesammelt und ja mal gucken was da rauskommt hoffentlich hat sich politisch ist ja also wie gesagt ich bin mir zusammen also haben wir wieder bei mir die premium passen oder diesen passen wie man das hier auch nennt man ja so und so nicht aber alle hier stehen sie in der ecke und hoffen sie ja bei mir hat mich hat gerade die shotgun erledigt also aber gucken ich muss sich aber immer manuell auswählen aber jetzt habe ich sie sie ist ja da habe ich sogar verpasst auszuwählen naja gut ja wie gesagt mach mach mal oh da ist ein trader oh das waren zu viele das waren drei ich weiß nicht ob du siehst wo ich gestorben bin auf der karte ja mal gucken aber die holte ich mir jetzt das war nummer zwei und nummer drei holte ich mir auch kleiner das war nummer drei auch die hocken alle da hinten in der ecke da habe ich keine chance mit automatikow das ist echt zu weit wo hinten in der ecke hat doch nicht so genau so ist buchler bei dir und hämmchen so in der ecke auch so in der ecke auch so in der ecke auch so auch in der ecke doch in der ecke okay da hängt noch einer ecke ja passt alles cool Ja, du läufst auch Richtung Gegner Ha, hab ich Hab ich mit der Granate Hab ich weggeholt Sehr nice, Servicester Oh ja, da sind genug von denen Alter Da hab ich gleich nochmal ein Stück Natur mitgenommen Okay Ach, du bist so Ja, okay, gut Ich versuche außen rum zu gehen Da werde ich die gleich mal abfangen Ich versuch's zumindest Ja, es sind ein paar unterwegs hier draußen Scheiße Ja, du hast Den hab ich gut Das Problem ist bei der Automatik Du kommst halt wirklich die kurze Distanz Kein Problem Aber wenn das weiter weg geht, ne Alles klar Schon wieder der Heuto 84 Ah ja Ich wär Warum kann ich denn hier nicht Schade Gespawnt und weg Macht nichts Oh Gott Das wär ich bei dem kleinen normal spawnen Habt ihr gesehen auf der Karte bei mir? Ja Ja Da läuft der andere Momentan ist doof Ich spawn, kill ihn und bin gleich wieder tot Aber das macht nichts Alles cool Oh, willst du, du schießt den Nachschutz Kommt neun Du bist am Nachladen Ja, mit dem Nachladen bin ich eigentlich auch jetzt immer ein bisschen Ein bisschen vorsichtiger geworden Na, gucken Du bist Tropfen übrigens, ne? Loth-Helmchen, ne? Spielt hier keine Rolle, aber ich sag ja bloß Ding Dong Alle unter Beschuss ist gut, dann muss ich so spawnen Oh man, so ein Schmacken Da rennt der vor mich Feindlicher ist ein Gehirn Feindliches Maschinengewehr So, die werden bestimmt gleich hier rauskommen Okay, den hab ich Das sieht aus wie unser Gas Wie der nicht stirbt Toll Was, von oben? Ach, tut, ja, okay Jetzt hab ich die erste Mal auf der Karte gesehen Ich kann bei dir aber die spawnen, Digga, halt, ne? Ach, mein Alter Irgendwie nicht so besonders heute bei mir Anfang ja, aber keine Ahnung Ja, aber ist okay, trotzdem Alles cool Aber so geht's so gut, sieht's bei mir auch ja aus, aber wo ist 2012 Bei mir sieht's schlimmer aus Oh, bin ich genau reingerannt bei den Jungs, ey Ah, ich weiß jetzt, wo sie sind Geh mal hinten rum Genau Beim Du bist doch Medic, oder? Ich bin nicht Medic, einfach Du müsstest mich mal heilen, Lord Helmchen, wenn du kannst Ja, super, vielen Dank Das war definitiv dringend notwendig La, 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 la So, den haben wir weg Wo sind die Dicke spawned, die Säger? Gute Frage Na ja, hier ist doch Laufen hier drinnen Nicht, hab ich mich jetzt so gehört? Ja Ha, das war der letzte Schuss Wahnsinn, das ging jetzt echt flott Alles klar, Leute Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen Ja, und bis zum nächsten Mal Genau Ciao 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 Ciao